Das Galaxy S9 und das S9 Plus bieten voraussichtlich 3D-Emojis, Copyright-Symbol-Venture-Beat-Evan-Blast 2018, das Galaxy S9 und das S9 Plus werden offenbar ein Animoi-ähnliches Feature sowie Stereo-Lautsprecher mitbringen, Samsungs 3D-Emojis sind dabei angeblich fortschrittlicher als Apples Animois. Es gibt aber auch Unterschiede zur iPhone X-Technik. Im Gegensatz zum iPhone X nutzt das Galaxy S9 voraussichtlich eine Kombination aus dem Iris-Scanner sowie der Selfie-Kamera zum Entsperren des Smartphones. Das iPhone X hingegen setzt auf einen Punkteprojektor und eine Infrarot-Kamera, um das Nutzergesicht einzufangen. Laut Adnefs, via Android Authority, sollen Samsungs 3D-Emojis, welche die Mimik, des Nutzergesichts nachahmen, der Apple-Variante trotz älterer Technik überlegen sein, Stereo-Lautsprecher von Akkak? Inwiefern Samsung die besseren 3D-Emojis im Angebot haben wird, bleibt allerdings unklar, davon abgesehen schreibt Adnefs über Stereo-Lautsprecher, die oben und unten am Galaxy S9 und am S9 Plus angebracht sein sollen. Das passt zu einer Meldung von Sam Opile, wonach die Stereo-Lautsprecher Dolby Surround unterstützen und von Akkak stammen sollen, da die Audio-Marke Samsung gehört und das Galaxy S8 bereits mit In-Ears von Akkak ausgeliefert wurde, erscheint dies plausibel. Plastikhülle und Bixby-Button wie beim Galaxy S8 davon abgesehen erwähnt die Quelle, dass das Galaxy S9 mit einer einfachen Plastikhülle ausgeliefert werden soll, wie schon der Vorgänger. Der Bixby-Button befindet sich angeblich weiterhin auf dem linken Gehäuserand neben dem Display, das Galaxy S9 soll zum Release teurer sein als damals das Galaxy S8, während das Galaxy S9 Plus zum Preis des Galaxy Note 8 auf den Markt kommen soll. Das waren zum Release 1.000 Euro, die offizielle Präsentation des neuen Samsung-Flock-Schiffs steht am 25. Februar an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.